Hallo Leute, willkommen zurück zu Davos, Flight of the Falcon Und dieses Spiel, oh Alter, also das Spiel ist richtig beeindruckend Und ich würde mal sagen Deutsch, ne, gute Einstellung Oh mein Gott, so ein beeindruckendes Menü Also ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit neues Spiel Da ist Perpetus Ne, warte, wie ist denn nochmal? Scheiße, aber wir nehmen TIE weiter Level 7, Breitengrad 5, aufzu... Oh mein Gott! Also dieses Spiel sieht sehr beeindruckend aus, da haben sich die Entwickler für... Musiker, so viele Details Das gameplay ist sehr spaßig und interaktiv Und man merkt, das passiert so viel Das sind die TIE feuters und wir müssen mal abschließen Alter, ich bin so guuut, ich bin der Beste Also man merkt sofort das Gameplay hat sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommen Also das Spiel ist schon sehr hochgradativ Da hinten ist sogar der Planet Kevin So also, ich bin jetzt weitergekommen, ich hab von Wunderpunkt erreicht Oh mein Gott! 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 Vielen Dank.